Ey, was passiert hier in diesem gottverdammten Spiel? Hier springt alles jetzt. Alter, was passiert denn hier in diesem Game? Ey, es gibt ein Leben im Bauch von Wahl? Alter, hier sind Chickas. Dem wachsen Fuß aus der Brust. Hier laufen einfach Bananen rum. Ey, wer hat sich das Game eigentlich ausgedacht? Wirklich, wer... Was geht meine Buddy People? Und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz, ganz YouTube. Wir spielen heute das neue Goat Simulator 3, der ihm ganz simpel erklärt. Wir sind eine Ziege und können einfach brutal viel Scheiße machen. Wenn ihr Goat Simulator 3 mit Sebi haben wollt, dann scheppert jetzt einmal den Daumen nach oben. Bei 100 Likes gibt es einen zweiten Teil mit den Sebi in diesem gottverdammten Schmutz-Game. Rein in den Bruch. Let's go. Schau dich mal die Ziege an, wie die dir rauslunzt. Ich schau, wie die schaut. Hö, hö, hö. Dumme Ziege? Hast du mich gerade dumm genannt? Lass mich da jetzt raus. Ich boxe dich nieder, Bruder. Das bin ich. Aha. Hey, weg da, Josef. Nimm mich noch einmal, dumme Ziege. Ich sag's dir, wir haben ein Problem. Einmal noch, dumme Ziege. Geh in den Turm. Ja, okay, wir gehen rein. Alter, was ist das für eine Verschwörungstheorie jetzt? Alter, jetzt geht's aber eh los, Chat. Alter, Falter, was ist denn hier los? Ey, was ist das hier? Ist das scheiße? Digga, warum stinkt meine Ziege jetzt? Wissen aufnehmen. Ja, let's go. Komm, nimm auf das Wissen. Die Instinkte scheppern jetzt aber so rein. Drücke Tab, um dir die verfügbaren Instinkte anzusehen. Ja, wo? Wo denn? Wo denn? Empfohlen, Körper, Kopf. Ach so, ich kann dir auch was aufsetzen, oder was? Ich kann dir auch... Ich kann dir go... Entschuldigung, hat jemand von euch ein bisschen Sushi bestellt? Schau, wie es jetzt läuft, Alter, die läuft. Was überlegst du denn hier? Hm, ich überlege mir hier, soll ich vielleicht hier Mais anbauen? Oder soll ich hier Hafer anbauen? Oder vielleicht doch Getreide? Ich weiß es wirklich nicht, was ich hier anbauen soll. Ich hab die Antwort für dich. Gar nichts! So geht doch das alles viel schneller! Was? Autsch, Autsch, Autsch. Was macht ihr denn hier? Schlafen könnt ihr zu... Ist Sushi von meinem Rücken? Nee? Okay. Dann nicht. Tschüss. Kann ich mit dem Traktor fahren? Nee, das ist jetzt ein Scherz. Oh, Entschuldigung! Oh, Entschuldigung, ich hab keinen Führerschein! Entschuldigung, ich hab keinen Führerschein! Es tut mir voll leid, Alter! Ja, aber steht dir denn hier auch alle im Weg? Ich meine, wirklich, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Die Polizei... Er fährt einfach alles um, Alter! Wir machen es hier auf jeden Fall lila. Ey, Alter, Hörner? Warte, wir brauchen andere Hörner. Haben wir hier irgendwo? Immer meine Eins. Ja, Füße. Ey, schau dir das mal... Was willst du? Was will der? Was willst du? Willst du Geld oder was von mir? Schleich dich! Geh mir von der Sonne, Alter! Ey, ich bin das alles nicht... Was ist? Hub mich einmal noch an, Alter! Ich nehm dein Auto hier mit, Alter! Was willst du von mir? Einmal noch! Komm! Geh mir aus der Sonne hier! Mach, dass du wegkommst! Ich glaube, ich habe gerade irgendwas gesprengt. Ey, ich stelle hier einfach mal alles das Höchste ein. Too high! Go! Oh, oh! Oh, oh! Was haben wir gemacht? Ich habe die Menschheit ausgelöscht! Ich habe die Menschheit ausgelöscht! Nee, es passiert gar nichts. Ich höre sie piepsen. Ey, hier schießt sie! Ey, ich bin kein Experte für Bomben oder sowas, gell? Aber ihr solltet hier wirklich weggehen, wirklich. Ich habe euch gewarnt. Ey, ich habe die Menschheit ausgelöscht! Ja, natürlich! Sie spaziert hier unten, also wenn nichts passiert... Ey, Zigabsteuer! Achtung! Das wird ungeheuer! Oh! Alter, hier sind Chikas! Was willst du? Sushi von mir? Soll ich dir einen Trick zeigen? Ey, ihr tanzt mit mir! Ja, 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 ja! Interessiert euch das nicht, oder was? Hier, mein S! Komm, wir tanzen alle! So, mit dir habe ich jetzt aber eine Rechnung offen, mein Freund der Berge! Mit dir habe ich jetzt aber so eine Rechnung offen, Alter! Ich sage es dir! Sayonara! Sag gute Nacht! Erstmal quer durchs Feuer! Ja, das gefällt dir, oder? Ah, ich brenne! Ja, send help! Alter, warum steht ihr denn auch da, ihr Idioten? Seid ihr eingekifft, oder was, Alter? Neben euch ist das Wasser! Löscht euch doch, ihr Vollidioten! Gottes Willen, Alter! So, wo ist das Trampolin? Ey, ich habe meine Körperbeherrschung verloren! So, jetzt geht es aber hoch hinaus, mein Freund der Berge, Alter! Ich habe das Trampolin kaputt gemacht, Alter, oder was? Was ist denn jetzt los? Ey, geh runter von mir! Ey, stellt euch mal vor, ihr seht, da sind in Wirklichkeit so eine Ziege rumlaufen! Was ist hier? Was ist mit ihr? Ey, was ist denn mit ihnen? Hallo? Was machen... Keine Ahnung, was die hier machen, Alter! Alter, was? Kann ich die alle antauchen? Ey, ich kann die alle antauchen! Ey, wir haben den Tornado mit Ballerinas erstellt! Ey, wer hat sich das Game eigentlich ausgedacht? Wirklich, wer... Warum habe ich jetzt einen Tü-Tü? Wahrscheinlich... Wahrscheinlich... Was macht ihr Idioten da? Runter da! Runter da! Ey, da unten ist der Tornado, schaut euch das an! Was ist denn hier los? Ey! Seid ihr lebensmüde, oder was? Ja, wieder alles für Instagram-Bilder, gell? Was macht der mit seinen Fingern? Jawohl, let's go! Ja, was ist denn hier, Alter? Was... Wieso? Alter, was haben wir hier platziert? Den wachsten Fuß aus der Brust! Jetzt wisst ihr es fürs Leben? Drei Ballerinas nebeneinander lösen den Tornado aus. Merkt euch das gut. Bin ich gerade auf einer Banane ausgerutscht? Was ist denn? Was willst du denn? Was macht ihr hier? Was macht ihr hier für Scheiße? Ey! Knopf drücken! Komm rein hier! Wieso fällt der um? Ey, was macht ihr denn hier, Alter? What is happening? Das frage ich mich auch gerade. Er nimmt gleich die Tonne mit, Alter! Weg hier! Ey, schau, ich hatte schon einen psychischen... Schaut mal, warte, ich befreie dich mal von deinem psychischen Anfall da. So entstehen Bananen? Oh, oh. Was passiert hier? Hier laufen einfach Bananen rum! Er findet es komplett normal. Er denkt sich, jo, ich spiele da einen ganz normalen Arbeitstag hier in der Fabrik. Kein Problem. Ey, kann ich hier aber... Kann ich hier Menschen rein? Jetzt habe ich sie! Oh mein Gott, jetzt bin ich die Banane! Ja! Ich bin die Banane! Leaks, so, drei, vier, leaks! Alter, was? Ey, Chat, wenn das nicht eine Anspiel... Alter, ich kann andere zu Bananen machen! Bananen-Inversion! Bananen-Inversion! Achtung, Achtung! Ich habe noch nicht so eine Scheiße gesehen, Chat. Ich habe mal... Schau, jetzt laufen hier alles Bananen rum! Ey, was passiert hier in diesem gottverdammten Spiel? Nee, ich kann nicht Rad fahren, oder? Achso, da muss ich die Balance auch halten. Nee, das kann ich nicht. Das ist mir zu schwer. Ja, bist du wahnsinnig. Was ist hier? Ey, wo willst du mit deiner Bizza hin? Alter, hier ist ein Staudamm. Ey, warum fliegt hier einfach so ein Auto rum? Ey, kann ich den Damm brechen? Ich kann ihn nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben Ufo gefunden, Alter. Was ist das für ein Game, Alter? Das ist Goat... Alter, ich bin in einem Wal! Ey, es gibt ein Leben im Bauch vom Wal? Hier ist ein Zäpfchen. Warte, kann ich das kitzeln? Ey, die chillt hier einfach mit Lagerfeuer. Voll auf entspannt. Ich zünde jetzt hier aber alles an. Wird hier nichts mehr entspannt gleich. Er arbeitet hier herin. Wal, ich knall dir jetzt so aufs Zäpfchen, dass du mich wieder ausspuckst. Ja, komm, hol mich raus. Rasier! Let's go! Ey, wir zerstören hierzu den Damm. Feuer! Alter, wir haben das Wasser rausgeholt. Bevor ich da war, war die ganze Stadt schön und entspannt. Ey, warte, ich nehme hier nicht jemanden mit. Du kommst mit, Alter. Heute hast du frei. Heute hast du frei, Bro. Ich nehme mich mit. Kein Problem. Hier ist einfach ein UFO, Alter. Das ist ein Alien. Das ist ein Alien. Aliens! Ich habe gewusst, es gibt Aliens! Oje. Ja, was bringt mir das jetzt? Was ist das für ein Spiel? Warte mal, ich will das jetzt bei den Menschen machen. Alter, was passiert denn hier in diesem Game? Ja, russer Kopf, oder? Alter, was ist hier los? Ey, das Game ist doch... Alter, was ist denn hier eigentlich los? Ey, warum ist denn hier... Ey, was ist denn das jetzt? Ich habe ihn grün gemacht. Jetzt wird alles grün. Jetzt springt alles. Hier springt alles jetzt. Ui, was ist das? Alles klar, das ist das. Ey, kann ich eigentlich... Okay, ja, kann ich. Was passiert denn hier? Könnt ihr alle nicht Auto fahren, oder was? Ja, wenn du so einen großen Kopf hast, ist das kein Wunder, dass du nicht fahren kannst. Wo wollen denn die alle hin? Alter, warum ist denn hier alles kaputt? Okay, ja, kann ich. Hier ist die Polizei. Hier ist das Polizeiauto. Kann ich eigentlich das Polizeiauto? Alter, ich kann das einfach mitnehmen. Wo will er denn hin? Was macht er denn hier? Was macht er denn hier? Was ist jetzt? Was ist jetzt hier los? Hallo? Ich habe gerade Feuerbälle geschossen. Habt ihr das gesehen? Alter, ich kann Feuerbälle schießen. Ich bin dann auch hier wieder raus, meine Damen und Herren. Das war es mit dem Video, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nettes Kommentar da lassen. Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Und reingehauen. wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ro走 Do Untertitelung des ZDF für funk, 2017